PowerPoint-Dateien speichern und senden. Was kann man in diesem Menüpunkt alles machen? Herzlich willkommen zum neuen Video-Tutorial. Welche Möglichkeiten habe ich noch, eine fertige PowerPoint-Präsentation zu bearbeiten? Wir gehen dazu in den Hintergrundbereich unter Datei, speichern und senden. Und hier sehen wir als erste Möglichkeit, wir können diese Präsentation per E-Mail verschicken. Dazu haben wir die Auswahl, das Ganze als Anlage zu versenden, als Originaldatei. Ich mache das mal. Hier müsst ihr jetzt sich Outlook öffnen. Genau, das tut es auch. Und hier sehen wir unter Angefügt ist diese Präsentation dann schon drinnen. Und ich kann jetzt hier ganz normal meine E-Mail schreiben, hier den E-Mail-Text verfassen und dann mit Senden an den Empfänger schicken. Ich habe hier noch weitere Möglichkeiten, speichern und senden. Ich kann zum einen den Dateityp ändern. Ich habe hier, das ist sehr interessant, die Möglichkeit, die Datei in ein anderes Format zu speichern. Ich mache das mal. Speichere das Ganze auf dem Desktop, dass wir sie auch gleich wiederfinden. Und jetzt ändert sich auch der Dateityp. Wir hatten vorher pptx und jetzt haben wir ppsx. Wir schauen uns gleich mal den Unterschied an. Hier haben wir diese Datei, ppsx. Und wenn ich die anklicke, dann öffnet sich die Präsentation sofort. Das heißt, ich komme nicht mehr ins Programm PowerPoint, sondern ich habe nur noch die einzelnen Folien. Ich kann mich hier durchklicken und mit Escape das Ganze unterbrechen. Nur in der Originaldatei, hier sehen wir sie, pptx, öffnet sich das Programm PowerPoint selber. Und ich kann auch die Präsentation entsprechend weiterverarbeiten. Was haben wir noch? Ich kann zum einen ein Video von den einzelnen Folien erstellen. Ich kann die Folien auf eine CD packen. Und eine sehr komfortable Möglichkeit, ich kann von den einzelnen Folien Handzettel erstellen. Das Ganze wird sich dann im Word öffnen. Word öffnet sich. Dauert etwas, bis das Ganze formatiert ist. So, jetzt müsste das fertig sein. Er rechnet noch. So, aber jetzt. Hier fügt Word eine Tabelle ein. Ich blende mal die Gitternetzlinien ein, damit man auch sieht, dass es sich um eine Tabelle handelt. Man sieht hier schon, die erste Spalte, da sind die einzelnen Foliennummern zu sehen. In der zweiten Spalte die einzelnen Folienfenster. Und in der dritten Spalte sind hier die Notizen, die wir im PowerPoint eingefügt haben, zu sehen. Und wie ich finde, ist das hier eine sehr viel elegantere Lösung als in PowerPoint selber. Ich glaube, es muss ich mit derimateden Folien sein. Und ich glaube, es wird nicht mehr so viel gehalten. Ich glaube, es wird nicht mehr einiges sein. Und ich wollte es nicht mehr einiges Feuer. Ich kann es nicht mehr so viel mehr in die Tiefe aufbohlen. Vielen Dank.